hallo freunde willkommen zu let's play gta 4 mit einem tollen anfang und natürlich habe ich heute wieder einen gast der es geschafft hat mehr männer als frauen aufzureißen hallo patrick ich wollte eigentlich ein aua sagen jetzt aber ich bin jetzt schon ich bin jetzt kurz angestorben weil ich wollte dass die tagezeit ein bisschen anders ist denn wir fangen ja immer zur gleichen zeit an das ist auch ein bisschen blöd es hat sich viel getan in der welt von gta 4 habe ich in der letzten folge schon vorgestellt und wie findest du denn hier die wunderschöne grafik ich bin total überwältigt ja ich finde es ja auch wunderschön dass gta 4 immer dieses tolle problem mit den texturen hat leute ich habe gegoogelt wie ein hund und es ist tatsächlich so dass das spiel einfach ein bug hat also da kannst du machen was du willst da kannst du dir auch ein hähnchen auf die geule binden da bringt ja alles nichts das ist leider gottes ein fehler vom spiel weil es ist ja wirklich schon ziemlich alt und in dieser folge möchte ich einfach mal ganz kurz hier zu dem guten truck dealer fahren denn der hat was tolles für uns aber mir fehlt ja ein bisschen der lila und werde übrigens die u-bahn okay es ist auch eine mod so ist sehr toll so ach so ich fahre voll in die falsche richte das ist übrigens sofort mustang gewesen gewesen ja ich glaube wir sollten mal umsteigen oder ein maximal dokumentierter junge willst du das wirklich was die polizei steht halt macht nix naja aber jetzt machen wir das ist so ein bisschen die kai verbessert von denen die denken sich jetzt so alles muss ich gar nicht mehr nehmen sterben sowieso polizei denkt dann mal wieder zentlo so wie fanden jetzt nicht zum grund wieder denn wir haben hier eine ach so einige von euch haben ja gesagt ich fahre immer wie hier ein wie ein fahrschüler wäre übrigens im richtigen leben auch so ja also nur mal so nebenbei ja ich fahre immer mit dem travi rum wenn man ein auto das auch mal hält hier hallo und jetzt wärst du eigentlich so wie du immer fährst genau okay wir brauchen mal hier auto auto heute ohne scheiß ich mache jetzt ohne ohne jegliche ähm emotionen sich ja auf die junge zuschauer ich spiele jetzt einfach hier so wie ich will können sie eigentlich quasi so eine ab 18 version machen und eine ab zwölf nö nö gibt keine ab zwölf meine zuschauer sind alle gebildet und alle 18 ach das kann doch nicht wahr sein weißt du ich komme einfach nicht zum potte warum die exklusionen sind wollte ich gerade mal zeigen ich wollte dir sagen ich brauche etwas was mir aushält und der busfahrer hier ja lass dir zeit micho ich meine du bist hier gar nicht angeschossen nein ne fahr ausweiß bitte ja leute fängt ja gut an heute fängt ja schon wieder gut an dieses let's play richtung bohan wollte ich fahren und dann hat's mich doch erwischt naja naja die welt ist halt kein ponyhof manchmal schon wohin soll das alles noch führen so was ist denn hier los jetzt reizt mir weiß jetzt ist jetzt ist der zog abgefahren jetzt ist der zog abgefahren der papa hat keine lust mehr der papa hat keine lust mehr passiert ist wenn du wotter fack ist ich hab keinen bock mehr hier macht die karanfahrer leute wir geben richtig gas hier sollte ich soll mir mein panzer als mod mal runterladen und so dann halte ich mal wenigstens was aus hier ist der katastrophe nicht so schnell war nicht so schnell nicht so schnell nicht so schnell ich habe einen platten ja und das kann doch nicht wahr sein liebe kinder heute fahren in einem platten da die neomüsterie was passiert wenn man einen platten halt schreibt man um und fährt einfach weiter ich bin jetzt doch glaube ich keinen einzigen kilometer am stück gefahren danke der hat mir die Tür aufgemacht vielen dank lieber Kollege Bradenwurst so so erstmal kurz schließen und bevor du kurz geschossen hast schon los war ich meine der kann das ja mittlerweile auch der hat ja schon 200.000 autos kurz geschlossen hat der macht dann mit links und rechts und in der mitte hat er auch nur nach eine schaufel muss man sich das jetzt vorstellen ja wenn ihr da was verloren ja kann sein dass es länger dauert was kein c4 gibt es ja hier nicht ach so naja stimmt jetzt kommt jetzt kommt da geht dann aber nicht aufgemacht sein hätte den Fall schon dabei gehabt Jungs könnte mal aufhören oh 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 das ist hier überhaupt nicht gut ich bin ich bin ja er überleben er brennt zwar aber er überlebt noch hier Motorrad geht das eigentlich wieder wahrscheinlich hör auf ey das war ein krampf letztes Mal zack wir kommen zum Doktor wieder ich spürscht wo ja das ist auch super praktisch danke Rockstar Games für so eine tolle GTA 4 PC Version da muss ich echt sagen es macht wirklich Spaß ja aber vielleicht schafft das dein PC einfach nicht nee der ist so schlecht ich meine warum ist der schon wieder kaputt der war sieht aus wie ein smart ein bisschen ne ja so wir sind doch angekommen trotz vier Sterne ich meine dass wir jetzt die Drogen da kaufen ist das Schlimmste ah ja wir wollten ja Drogen kaufen Gummibärchen Twix Twix SM Spielchen Snickers wo ist hier hin Speed was ist der denn Hasch muss ich hier rein kann man da rein auch cool YOLO du hast dein Ziel erreicht ich wusste gar nicht dass man hier rein kann gibt da noch Sachen hier Hallo ist hier jemand Hallo 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 again ja toll ja oder muss ich einfach im Stießfach oder so natürlich steht denn da also ok meine Mutter steht da Beine breit der wollte den Hasen mal schwingen lassen ja soll ich dir mal einen richtigen Hasen zeigen vor allem die sich wunderbar um mich Hasen will zu machen der Patrick heißt mit Namen Hasberg und nennt sich in Skype Hase wie heißt der in Skype das weiß ich nicht habe ich leider vergessen YOLO ja ok der Drogendeater ist nicht da da muss ich ja ein bisschen Aggressionen rauslassen ne das ist ja einer von denen du drogen die doch wie war das mit in die Knie zwingen oh den wollte ich gar nicht treffen scheiße ja ja also da sagt man äh falscher Zeitpunkt falscher Moment ne das äh naja naja man kann doch nicht alles haben man kann doch nicht alles haben kann sich auch essen man kann ja nicht alles haben ich muss mir mal glaube ich die Bedürfnisse angucken aber Essen ist doch jetzt schon grün oder Heißt das was kannst du ihm die Mütze weg schießen Alter was hält der alles aus guck mal der ist durchsichtig durch den die Rakete links vorbei durch den Arm quasi also ja ok boah der sitzt immer noch drauf ey weh du stehst auf na komm na komm gut das ist der Muster nicht was unterm Auto durch ja siehste gut das der nicht tiefer gelegt ist ne das reicht hei 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 hat ne Karre der boah komm jetzt erklär mir doch mal die Bedürfnisse ja oben auch die Bedürfnisse habe ich schon in 3 Folgen erklärt oben heißt es der Dunger danach heißt es er muss ins Bett äh danach das ist seine allgemeine ähm halt wenn die orange ist oder so dann weiß der ne der der will was zu essen der will was trinken der will schlafen entertainment und so weiter ne mhm und der untere ist einfach nur die Sozialstaaten ups was heisst das jetzt ohhhhohohoho Developers alter Falter was war das denn jetzt ich dachte da komm ich nur vorbei scheiße bodu nene 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 doch häh ey der ist durch die Wand hä wo ist die ach so ah klar oh du brennst Das ist sowohl trocken, eigentlich. Da komm, da komm! Boah, krass. Achja, GTA 4 ist so ein tolles Spiel. Guck mal hier, Papa hat ein Paket. Ich bin ein Linksautonome. Nein, Scherz. Oh, guck mal hier. Perfekt, besser geht's doch gar nicht. Oh, sogar offen. Nach dem Mittelpark. Alle einsteigen bitte. Der Todesbus fährt ab. So. Au, 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 au. Ah, mit brennenden Reifen geht's los. Schade doch nicht. Wäre eigentlich schon ganz gut gewesen. Ja, und wir kommen beim OmSie Simulator. Wien ist das neue Add-on. Liberty City. Ja, fahren wir jetzt nach Wien. Wir fahren jetzt nach Wien. Cool. Nach Bayern. Wien ist in Bayern? Nein, nicht ganz. Das bist du denn für ein ungewildeter Heini. Wien ist doch nicht in Bayern. Österreich, ja, entschuldigen Sie. Rechts und links ist Österreich. Es ist doch auch egal. Ich bin nur, ich kenne nur Deutschland. Ich mag Österreich. Ich finde, da gibt's immer, also alles was aus Österreich kommt, hat immer viel Macht. Ja. Und, äh, ich war ja noch nie in Österreich. Aber so. Aber Bayern ist ja schon fast Österreich. Ja. Also passt. Genau. So. Ein paar Kilometer entfernt. Aber. Ja, ist doch so. Ja, ist doch so. Das hat dazu nichts Leute. Das kann ich das tun. Ich kann jetzt mal ganz hin. Du kannst es merken. Ja, genau. Ich nehme meine Ahnung, wie man dieses beschissene Texturproblem löst. Bitte gerne. Wo kann man das überhaupt gehen? Nee, nee, jetzt mal. Oh, die Spur, da musst du nur kurz die Spur wechseln. Hast du den Blinkern gemacht? Den Blinker, ja. Ach, den Blinker muss ich auch noch installieren. Das gibt's auch. Na ja. Haben mir viele in die Kommentare gepunktet. Vielen Dankeschön. Ach, das kann doch nicht sein, oder? Stehe auf, du Trottelgeburt. Gibt's da auch so ein Minispiel, dass man hier irgendwie gegen so ein Hindernis fährt und dann, je nachdem, schaut man, wie weit man fliegt, dann kriegt man Punkte. Ja, das heißt. Flat out. Finde den Hase heißt das. Äh. Ah, das war doch das, ey. Komm. Ja, ist klar, du dicker. Geh Donut essen. Hier kommen wir mit deine Mütze. Ich will in den Fernsehen. Ich werde irgendwie heute immer die Leute, die überhaupt nicht treffen will. Ich sollte mal hier. Das gibt's doch nicht. So, in der nächsten Szene, Leute, werde ich fünf Sterne erreichen. Mh, mein Freund. Gucken wir erstmal wieder die Textur und uns beglücken. Ich bin ja gespannt. Wahrscheinlich gar nicht. Na? Na? Lade. Ich lade den Balken. Er lädt und lädt und lädt. Oh! Geil! Ja? Black and right. Grand Theft nichts. Wo gehen wir denn jetzt? Oh! Hallo! Schön, dass sie sich auch mal dazu gesellt. Ja Leute, diese Folge war's jetzt. Das war jetzt die Folge, in der wir einfach uns ein bisschen wagen gemacht haben. Und in der nächsten Folge werden wir dann mal sehen. Vielleicht ist das Texturproblem auch schon behoben. Ich hab da so eine Idee. Deswegen machen wir mal ganz kurz einen Folgen-Break. Peace! Bis Wasser. Bis dann!